Oh, all the props. Weeeee! Das war großartig. Nils, man sieht dich halt echt nicht. Wo sind die Sardinen? Nee, du glitzt in das Ding rein. Geil. Gib dem Abend Peppy was zu essen, der verhungert. Peppy kriegt nichts zu essen, der muss leiden. Was wie dieser Fußballspieler, beiß einfach einen Arm ab. Oh, Hardcore. So Jungs, dieses Mal müssen wir aber aufräumen, ne? So richtig? Die Map ist einfach sauglos. Ich will mein Zimmer nicht aufräumen. Ja, dafür sind wir acht Leute. Nein Mutti, ich möchte nicht aufräumen. Mein Zimmer ist dreckig genug und es soll so bleiben. Der Teil hier rumsteht. Boah Leute, jetzt tauntet doch endlich mal. Mensch. Ich bin schon wieder dabei. Leute, die Megatons. Fängt gut an, ne? Der macht doch die Tür auf. Mensch. Hier drin. Ach komm, ich wollte gerade was trinken, aber ich merke grad, dass ich ja am aufnehmen bin. Hört mal die Trinkgeräusche. Blubblubblubblubblubblubbl. Soll ich mal ganz genüsslich was trinken, Peppy, weil ich's kann? Ah, fuck. Warst du unterm Sofa? Hi. Hi. Du warst unterm Sofa, oder? Kommt ihr halt einfach so, hi, bam. Direkt vor dir, ich war in der Zeitung. Und niemand hat mich gesehen, außer du mit deinen Lackgranaten, ey. Nein, ich hab's einfach gehört und dabei fiel die Granate reingeschossen. Ja, weil ich getauntet hab. Das lustige ist Nils. Er hat das Geräusch gar nicht gemacht. Nee, ich. Das ist natürlich traurig. Das war halt wirklich mega Lack. Man kann sich aber nicht als Zeitungsstapel verkleiden. Ich weiß nicht, ob das von dir überdickt wurde. Achso, ich hab das gleich abgeschlossen. Weil mir ist irgendwie nicht gekommen. Oder genau dasselbe, wo du dich überlagestert kannst. Ficken, geh aus dem Weg. Please come again. Der ist hinter der Uhr. Der ist da drunter, da drunter. Vollhorst schließt vorne dran. Weißt du hier, Nico rules. Auf Happygeil. Da staunst du was. Ja, nicht schlecht. Mein eigentlicher Spot funktionierte nicht. Taunte bitte. Kann man sich eigentlich in Prop verwandeln, indem man auf einen anderen Spieler guckt, der sich an Prop verwandelt hat. Nein. Das weiß ich nicht mal. Nein, kann man nicht. Nein, geht nicht. Wüsste ich, was man machen kann. Ich finde es ja geil, weißt du, wenn du tauntest, dann rede nicht währenddessen. Darf man eigentlich in den Fluss? Das ist überall noch. Genau, und wenn du da hin kannst? Überall, wo du dich verstecken kannst. Du kannst in den Fluss, glaub ich. Das ist doch assi. Jetzt tausst du euch mal hier. Du weißt, dass ihr dieses probiert, falls ihr mich nicht findet. Warte mal, was ist das denn? Die Hocker, die sind aber nah beieinander hier. Es ist aber keiner. Der lebt wohl eigentlich noch. Ich muss schon auch sagen, für Aufnahmen ist das beim Prop immer ziemlich... Scheiße, weil man so scheiße in die Ecke steht. Stimo ist Geburt, ist im Fluss. Wie es meinst du? Hast du es gesehen? Nein, ich höre sie. Das bin ich. Ich hab Kubi schon getötet. Ja, ich flieg bei dir. Ja, und dann darfst du aber nicht mehr taunten, wenn du tot bist schon. Ja, ich hab den einen halt noch, wie du vorhin. Ich hab dich gekillt, da hattest du den nicht. Doch. Nee, kein Stück. Jungs, der ist am Schluss. Kein Stück. Boah, ich hatte den richtig leisen kurzen Taunt gerade. Doch, Mann. Ich geh mal dahin. Ich höre den doch bei mir selbst grad noch. Mann, wie lang ist dieser Taunt? Da solltest du wirklich mal drinnen überlegen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Ja, der geht auch einem leicht auf den Ersten. Ich bin Sauna dran. Also, ich finde den immer gut. Ich muss sagen, ich höre in den Eilen, wo ich bin. Jetzt Eren weg, Eren weg, Eren weg. Achtung, Achtung. Wo lang? Du rennst denn wer weg? Auf der Brücke. Der Taunt fliegt gerade bei mir rum und das ist sehr unpraktisch. Perfekt. Boah, ey. Ich überstelle nicht irgendwas, ich weiß nicht, wo. Also von den Fischen kann man aber keiner sein, oder? Doch, kann man. Echt jetzt? Ja, ich habe es gerade ausprobiert. Das ist assi. Ja, leck mich fett. Niemals. Das geht nicht. Also es ist bestimmt nicht so assi wie die Mäuse. Fische, die Mäuse. Also hier ist irgendwie einer in diesem komischen Schocken dran. Ich hab schon alle gekält. Schon die Fische gekillt. Happy, hier sind die Sardinen. Ich hab nur noch 5 Leben, oder? Ich seh nicht, wo die da sind. Wo ist denn diese Dreck-Sau? Ja, nice. Ich hab jetzt die ganze, ure Lack-Shots. Komm, bitte, bitte, bitte. Mach das schon wieder so Lack-Dinge. Ich wichs da irgendwo in die Ecke und der stört. Uns fehlt immer noch einer. Am Schluss, ich bin mehr sicher. 2, 1. Jubelt Prop. Oh mein Gott, Alter. Nice. Yes. War mir Junge. Wo war Peppy? War mir Junge, Alter. Unter den Tisch warst du, ne? Ja. Was warst du denn? In der Lippen? Habe ich dir gegeben? Respekt, Nico. Respekt. Ich hab extra gewartet. Man kann den Chops überhaupt zuschauen, irgendwie. Ich hab extra gewartet. Nein, hast du nicht. Du hast schon Wind auf mich gefeuert. Nicht möglich, das ist ein bisschen doof. Ich? Ich hab gesucht und dann gefunden. Dann hast du gefeuert, dann hast du nachladen, dann hast du gleich wieder gefeuert. Du hast kein Stück gebaut. Nee, 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 nee. Ich musste nicht nachladen, ich musste erst mal gucken. Ich ziele ich da richtig hin. Aus irgendeinem Grund kann ich mich gerade nicht verwandeln. Ja, das hat sich natürlich schon. Das ist ja doof. Das ist ja wirklich tragisch. Frederic, wenn der Boss das sieht. Ich find diese Aussage geil. Das ist ja doof. Ja. Boah geil, ich kann die Tür... Ist das nervig. Das ist ja ziemlich para... äh, schlecht. Paraschlecht. Paraschlecht. Paraschlecht, okay. Wow, ich hab den geilsten Spot. Ich hab den geilsten Spot. Ich hab den geilsten Spot. Wo sind jetzt die Sardinen? Blacky, ich hab auch einen geilen Spot. Wo sind jetzt die Sardinen? Ihr meint den G-Spot? Oh, man kann hier in den Baum reingehen. Besser als der G-Spot. Ja? Ja. Oh. Das ist aber viel wert. Das ist echt viel wert. Kannst du verkaufen. Was willst du dafür haben? Ich finde es so geil. Ich finde, ihr könntet so anfangen zu tornen. Der kriegt den dann schon mit, wenn ihr drauf geht vor mir. Ja, okay. Drück die Toste aus, passiert nichts. Boah, wo kam denn das jetzt her? Ich hab den Assi-Spot gefunden. Ich aber auch, du. Und vor allen Dingen, wie die Leute vorbeilaufen und wenn ich dann tornte so mal in die Luft gucken und so. Jungs, ich lauf seit Anfang an als Mensch durch die Gegend, weil ich kein Prop finde. Ja, aber gern. Ich wollte probieren Fisch zu werden, aber ich durfte kein Fisch. Im unteren Geschoss kannst du was finden. Immer. Ich durfte kein Fisch werden, Gott hat es mir nicht erlaubt. Ich bin so hin, Fischiii. Und dann ging es nicht. Boah, eigentlich hab ich hier voll ins Fall. Und Gott so, nope. Und Gott so, äh, nein. Was? Fischiii. Wollt ihr mir gerade erzählen? Nein, oder? Ist hier jemand bei mir? Nein. Ist das aber geil? Blacky, kann es sein, dass du im gleichen Raum wie ich bist? Ich glaub nicht, dass wir im gleichen Raum sind, aber wir sind nah beieinander. What do you like to play? Pokémon! Pokémon! Ich liebe diese Taunts, die sind so scheiße geil. Ich fühle mich sicher, aber. Ah, schade. Ah! Shit! Der weggebrochen! Ah! Ah! Ja, wie war das mit bester Spawn? Ich hab einfach wieder mal zu viel getarnt, das weißt? Warum der Torn jetzt? Warum? Ich taunte durchgehend. Ah! So schnell den richtigen? Das ist schade. Ah, weißt du? Ich hatte aber irgendeinen Wacken. Eine Frage sieht man mich? Das ist auch ein mieser Spot, Alter. Richtig mieser Spot, aber der ist offensichtlich. Nein, ich mein Nico. Bei mir? Achso. Blackfett. Aber jetzt den Taunt, oder was, Nico? Scheiße. Ich hör keinen bei mir gerade. Kann das sein? Irgendwo rechts auf dem Dach? Also ich muss euch zugestehen, ihr habt auch extrem geile Spots. Also ich find meinen schön. Hier, wo ich stehe ungefähr. Aber der von Bierdu ist echt klasse. Muss zugeben, aber der von Nico ist auch ziemlich gut. Muss ja sagen. Hier stinken nach Keller. Hier sind viele Uhren. Moment. Jungs, Jungs. Ich würd sagen. Hier irgendwo an der... Hat jemand einen Kompass? Hey Jungs, erzählen wir uns Flachwitze. Please come again. Die von den Flachwitzen, lieber. Geht ein Cowboy zum Preserve. Kommt ein Mann beim Arzt. Geht ihn zum Club zur Augearzt. Ich war Chinesen am Skypen. Sagt der eine, siehst du mich? Sagt der andere, nein, ich sehe nur mich. Hier irgendwo bei der Scheune. Aber ich bin nicht sicher. Alter, der war schwer. Schwer böse. Oh, oh. Oh Nico, bist du aus deinem Spot abgehauen oder was ist passiert? In der der Scheune, in der der Scheune. Ich würde sagen, dass er mich nicht gekriegt hat. Nico, ab in den Spot. Ab in den Spot. Bist du echt rausgegangen aus deinem Spot, Nico? Das war Nico oder was war. Ja, boah. Rett Nico. Hey ins Gebäude rein. Da jukes. Da jukes. Nice Nico, nice. Ich würde sagen, das haben wir in der Tasche so ein bisschen. Ich würde echt sagen, da brauch ich aber nicht so viel taunen. Ich taunen oder? Ja, es hat angepasst. Doch, doch taunen. Muss schon wer sein. Okay. Wir haben das so oder so. Du kannst so viel taunen, wie du willst. Nein. Ich kann sogar jetzt schon sagen, die können ihn gar nicht mehr erreichen, weil sie einfach zu weit weg sind. Nee, das ist echt geil. Spring in den Fluss, spring in den Fluss. Will mir jetzt jemand mal sagen, wo die Sardinen sind? Dick, Bitches! Leute, sagt Pepi, wo die Sardinen sind, ich kann es nicht mehr hören. Echt, nee, leider nicht. Das ist eine Ladevorlage für Pistolenkugeln. Nein, das sind Eiswürfelbehälter. Jetzt! Mach doch! Nein, das ist ein grüner, quadratischer Dillow. Mit dem, ja, da wohl... Ah, wenn der Boss das sieht. Guck im Aldi. Guck im Aldi, da findet man... Blecki. Haben wir gehört, Dario ist wieder festgegletscht, jetzt muss er sich nur noch im Telefon verwandeln. Ja, eben. Hahaha. Hahaha. ARD Text im Auftrag von Funk